Guck mal wie weit wir damit kommen. So, das hat doch schon mal funktioniert. So, bisschen Absicherung, ich hab ja keine Ahnung was da kommt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, komm mal. Ah, ich wusste auch so was kommt. Wie ihr befehlt, vorerst. Kommt, 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 kommt. Kommt mir hinterher, prima. Schön, dass Gegnerbrühen immer noch geht. Lösen. Die zersammeln sich. Sie werden in Kürze angreifen. Oh. Noch Pylonen. Mal ändern. Bestimmt so ging das. Ich bin hier, in die Schatten. Ähm. Ich muss mich ein bisschen beeilen, aber ich weiß. Ich weiß nicht. Ich. Ich. Ich ist nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kalt ist die Leere, sehr weise, wie ihr befehlt vorerst. Bein, hier lassen wir das mal. Ich dachte gerade einen Pylon da hinten zu besetzen und sowas, aber naja. Muss ja nicht sein. So, hier, prima. Mal ein bisschen was Großes. Sehr weise, im Namen der Rache. Diese Terraner stehen unter der Kontrolle der Hybriden. Sie sind willenlose Sklaven. Das geht zum Glück recht fix. Jetzt übst mehr Pylonen bauen, schon wieder. So, das sollte aber reichen erstmal. So. Und da Upgrade. Mal da rüber fix. Den bauen wir da. Was hab ich da. Mal was, was ich bauen kann. Ja, aber wenn ich genug SP-Gas habe. Kann ich Templer eigentlich nicht bauen. Ich liebe Templer. Templer sind das Beste. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Den wollte ich eigentlich bauen. Naja. Gucken wir jetzt mal weiter mit dem, was wir haben. Es wird angegriffen. Es wird angegriffen. Im Namen der Rache. Was ist da, Riki? Ich dachte. Was ist da, Riki? Was ist da, Riki? Ich dachte. Was ist da, Riki? Oh! Ortefabrik. Ich bin das Herz der Finsternis. So, 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 so. Mein Leben für Ajur. Was geht am Donnerstag weiter? Erneut diene ich. Ich weiß eigentlich nicht, was man fehlt. Wayne, Läufer. Da fängt das doch richtig an, Spaß zu machen. Ich bin das Herz der Finsternis. Die Zerg werden sich bald in Bewegung setzen. Wir müssen vorsichtig sein. Was zu? Reiß den Reaktor auseinander. Die Königin der Klingen befiehlt es. Wir danken euch. Wir glaubten bereits, unser Ende sei gekommen. Was wisst ihr über diese Einrichtung, Berserker? Die Terraner. Sie folterten uns, führten Experimente an uns durch. Nur wenige von uns haben überlebt. Abscheuliche Gräuel dieser Art habe ich schon einmal gesehen. Doch Narut ist tot. Wer brachte euch hierher? Ich weiß es nicht. Oh, schuldig. Rätor, erlaubt, dass wir uns euch anschließen. Wir möchten unsere ermordeten Brüder rächen. Rache ist gut. Macht euch bereit, Templer. Krieger, in der Nähe befindet sich eine weitere Zelle. Rückt vor und fordert Vergeltung. Mein Leben für Ajuur. Ihr benötigt mehr Vespin-Gas. Noch mehr Vespin-Gas. Gab's hier noch irgendwo was? Nö. Ich bin die Stimme der Finsternis. Faszinierend. Veraku. Gute Medis sind gute Medis. Die Terraner verwenden Warp-Technologie. Das ist unmöglich. Sie experimentieren mit Pylonen. Wir sollten diese Terraner ausschalten und den Pylonen für unsere Zwecke nutzen. Was zu? Ah, man. Ich kalibriere den Pylonen neu. Ich kann nicht glauben, dass es so primitiven Kreaturen gelungen ist, unsere Technologie zu manipulieren. Eine weitere Welle der Zerg sammelt sich. Vermeidet Kontakt mit ihnen, wenn ihr könnt. Eins mit den Schatten. Der Schwarm kommt euch holen, Möbius Korb. Wir sind die endlose Flut des Todes. Das ist... Veraku... Im Namen der... Der Basis wird angegriffen. So. So. Ich könnte mich mal... Leg am Arsch lecken. Am, 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 am. Wacken lassen. Am, am, am... Am, 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 am... Am, 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 am. Ich will zusätzliche Pirunen bauen. Ja, mach ich sofort. Lock. Lock. Zieh ihr Befehl vorher. Ja, faszinierend. Ihr müsst zusätzliche Pirunen bauen. Erneut diene ich. Ihr müsst zusätzliche Pirunen bauen. Der Schwarm wird bald einen weiteren Angriff starten. Ihr benötigt mehr Bespin-Gas. Ab. Ihr müsst zusätzliche Pirunen bauen. Alle, die an der Seite von Armons Hybriden stehen, verdienen keine Gnade. Verschlingt sie mit Haut und Haaren. Erneut diene ich. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. Wir stehen. Mhhh. So, weiter.